Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du mit Learning Apps schnell und einfach Online-Übungen erstellen kannst, die du zum Beispiel im Unterricht oder in irgendeinem anderen Lernszenario einsetzen kannst. Ich bin hier also auf der Website learningapps.org und habe nun zuerst mal die Möglichkeit, einfach irgendwelche Apps, die hier auf der Startseite verlinkt sind, anzuschauen, um mich zu orientieren, was diese Apps eigentlich sind. Für Anfänger ist es auch noch ganz interessant, dass man hier ein Tutorial anzeigen kann. Damit wird man Schritt für Schritt durch alle Elemente der Website geführt. Das schauen wir uns jetzt hier nicht an. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, das auszuprobieren. Dort werden einige Punkte gezeigt, die in diesem Video nicht behandelt werden. Wenn ich nun eine App erstellen möchte, aber noch nicht genau weiß, wie sie aussehen könnte, dann gehe ich am besten auf Apps durchstöbern. Ich kann hier nun einfach irgendwelche Beispiele, die hier angezeigt werden, anklicken oder etwas zielgerichteter vorgehen, indem ich zum Beispiel weiß, ich will für das Fach Englisch eine App erstellen. Und dann gibt es noch Unterkategorien. In meinem Fall soll es eine Vokabel-App sein. Und nun habe ich hier also alle Apps, die öffentlich gespeichert mit diesen beiden Kategorien versehen wurden. Ich nehme hier mal die App Close, ein Zuordnungsgitter. Hier sieht man, wer sie erstellt hat und dass sie in deutscher Sprache erstellt wurde und wie viele Views sie schon hat und wie die Benutzer sie bewertet haben. Dann kann ich also mir diese App anschauen. Sie sieht so aus, dass zunächst eine Aufgabe eingeblendet wird. Das ist bei allen Apps der Fall. Wenn ich OK klicke, kann ich dann also anfangen. Und das ist eine Zuordnungsaufgabe. Ich muss also in diesem Fall jetzt die Wörter hier oben mit den Bildern richtig zusammenbringen. Also ziehe ich das hier zum Beispiel drauf. Und wenn es richtig ist, wird es hier grün. Wenn es zum Beispiel falsch ist, wird es rot und rutscht wieder nach oben. So können also Schülerinnen und Schüler ganz leicht zum Beispiel Vokabeln üben, in diesem Fall mit Bildern. Wenn ich jetzt also sage, jawohl, so eine App hätte ich gerne, die gefällt mir gut. Ich kann sie allerdings nicht ganz so verwenden, wie sie hier ist. Ich möchte sie anpassen. Dann gehe ich auf ähnliche App erstellen. Sollte sie genauso in Ordnung sein, wie sie hier ist, kann ich sie mir merken in meine Apps. Wenn ich das tue, werde ich aufgefordert, ein Konto zu erstellen. Und dann habe ich einen eigenen Bereich, in dem ich mir Apps merken kann. Ich gehe jetzt allerdings nochmal zurück. Denn ich möchte diese App anpassen und klicke also dementsprechend auf ähnliche App erstellen. Nun wird eine Kopie dieser App erstellt und gleichzeitig der Bearbeitungsmodus eingeschaltet. Das heißt, ich bekomme die App so eingestellt, wie ich sie gesehen habe, nur dass ich sie jetzt verändern kann. Ich möchte also hier zum Beispiel den Titel der App großschreiben. Die Aufgabenstellung, der Arbeitsauftrag, der passt soweit aus meiner Sicht. Und dann sehe ich mir an, was hier so alles drin ist. Man sieht also, man hat hier jeweils immer die Paare, die zusammengehören. Einmal einen Text und einmal ein Bild. Man kann jetzt zum Beispiel das Bild löschen und man sieht, dass man jetzt zu diesem ersten Teil des Paares entweder einen Text als Partner, ein Bild als Partner, Audio als Partner und so weiter auswählen kann. Es ist also nicht nur darauf beschränkt, dass man Text und Bilder zuordnen kann. Man könnte auch ein Memory erstellen, indem man Bilder in beiden Fällen verwendet. Oder man könnte Text und Text zusammenbringen, denn die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Nehmen wir also aber hier nochmal das Ganze mit Shirt. Und ich möchte jetzt ein Bild suchen. Learning Apps bietet mir verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder ein Bild hochladen, was ich schon auf dem Computer habe. Ich kann die Adresse, die URL eines Bildes im Internet angeben. Oder ich kann hier ein Bild suchen. Hier werden Bilder durchsucht, die von ihren Lizenzrechten her verwendbar sein sollten. Das muss ich allerdings später nochmal prüfen. Ich gebe also jetzt hier ein Hemd, Kleidung als Suchbegriff. Und sehe jetzt hier die Treffer. Was könnte ich verwenden? Das hier sieht gut aus. Das möchte ich verwenden. Wenn ich nun diese App für mich persönlich und meine Schülerin speichere, also nicht öffentlich, dann kann ich hier einfach auf Verwenden klicken. Wenn ich die App öffentlich speichern möchte, dann sollte ich einmal kurz auf die Quelle klicken. Dann geht ein neuer Tab auf und ich werde auf die Quellseite geführt. Hier sehe ich, dass diese Grafik von Pixabay stammt. Und hier steht CC0 Creative Commons. Freie kommerzielle Nutzung, kein Bildnachweis nötig. Ich weiß dann also, okay, dieses Bild kann ich wirklich verwenden, auch in einer öffentlichen App. Das ist kein Problem. Ich könnte noch das Bild zuschneiden, das muss ich aber in dem Fall nicht und klicke auf Verwenden. Nun habe ich also dieses Paar erstellt. Das Bild ist hier drin. Hier ist mein Text. Und nun könnte ich noch die anderen Punkte prüfen. Das lasse ich jetzt. Die anderen waren für mich in Ordnung. Ich könnte auch noch weitere Elemente hinzufügen. Mache ich aber nun auch nicht. Einige Optionen gibt es noch. Ich kann einstellen, dass die Lösungshinweise farbig sein sollen, wie wir das vorher gesehen haben. Das Grün richtig bedeutet und Rot falsch. Ein Feedback, was am Schluss eingeblendet wird. Und eine mögliche Hilfestellung. Sollte der Lerner oder die Lernerin nicht klarkommen, könnte ich hier noch eine Hilfestellung einblenden. Mich möchte ich jetzt in diesem Fall nicht. Ich klicke auf Fertigstellen und Vorschau anzeigen. Dann sehe ich also, wie meine App aussehen wird. Man sieht auch, dass hier nun mein neues Bild drin ist. Und in diesem Fall bin ich zufrieden und sage App speichern. Und jetzt werde ich aufgefordert, mich entweder anzumelden, wenn ich schon ein Konto habe, oder ein neues Konto zu erstellen. Ich habe schon ein Konto und logge mich damit ein. Und damit habe ich nun diese App gespeichert. Sie ist hier oben unter Meine Apps abgelegt. Und hier unten sehe ich die verschiedenen Möglichkeiten, wie ich diese App nun teilen kann. Ich kann sie hier mit diesem Link teilen. Dann landet man auf dieser Seite. Ich kann sie auch mit einem sogenannten Vollbild-Link teilen. Dann ist also nur der App-Bereich zu sehen und nicht der Rahmen hier drumherum, diese Navigation. Und ich kann auch hier diesen Einbettungscode kopieren, so wie man das zum Beispiel von YouTube-Videos kennt. Damit könnte ich diese App dann in ein anderes Programm oder in ein Lernmanagement-System oder Ähnliches einbetten. Nun kann ich noch auswählen, ob diese App privat oder öffentlich sein soll. Grundeinstellung ist Privat. Wenn ich sie öffentlich speichern möchte, klicke ich auf Öffentliche App. Und dann werde ich gebeten, diese App einzuordnen. Sie ist jetzt bereits eingeordnet, weil ich sie ja kopiert habe aus einer öffentlichen App mit der Kategorie Englisch. Ich kann hier nun eine Unterkategorie auswählen, in diesem Fall Vocabulary. Und außerdem einordnen, ob sie für die Sekundarstufe 1, 2 oder irgendeine andere Schulstufe geeignet ist. Mache ich jetzt hier mal. Klicke Formal, Formular absenden. Und damit ist diese App nun gespeichert. Und ich kann sie über meine Apps aufrufen. Hier ist sie nun. Wie man sieht, habe ich schon einige andere Apps gespeichert. Aber das ist jetzt eben die neue, die ich gerade eben erstellt habe. Auf diese Weise gibt es sehr viele verschiedene Apps, die man ausprobieren kann. Wenn man nicht durchstöbern möchte, zum Beispiel weil man schon genau weiß, was man etwa erstellen möchte, geht man auf App erstellen. Und bekommt dann das Raster der möglichen App-Formen oder der Varianten sozusagen. Also hier gibt es zum Beispiel Paare zuordnen. Das haben wir gerade gesehen. Gruppenzuordnung, einen Zahlenstrahl, eine einfache Reihenfolge festlegen, Multiple Choice, Lückentexte. Ganz viele verschiedene Dinge. Am besten probiert man das einfach mal aus. Es gibt hier unten auch noch verschiedene Apps, die eigentlich nicht so sehr für die einmalige Durchführung gemacht sind, sondern zum Beispiel für die dauerhafte Nutzung, wie zum Beispiel eine Abstimmung oder ein Kalender oder auch eine Pinnwand, auf der Schülerinnen und Schüler Notizen anheften können. Alles sehr nützliche Funktionen, die man im Unterricht gut gebrauchen kann. Learning Apps ist eine sehr vielseitige Ressource, die man an verschiedenen Stellen im Unterricht einsetzen kann. Es ist hiermit jetzt nur mal die grobe Funktion gezeigt worden. Es gibt noch verschiedene weitere Funktionen, wie zum Beispiel Klassen anzulegen, was auch anonym geht, um zum Beispiel datenschutzrechtlich keine Schwierigkeiten zu bekommen. Das ist jetzt allerdings nicht Gegenstand dieses Einführungsvideos. Die Funktionen sind allerdings sehr durchdacht und sehr klar, sodass man einfach durch Ausprobieren vieles schafft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und wenn du an anderen interessanten Erklärvideos interessiert bist, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.